Let's Dance Seitdem ich 13 oder 14 bin, sagt Anna zu Bild. Zu dem Sommerfest Dass von Johannes B. Kerner moderiert wurde, kam Anna mit ihrer Mama Angela, 55, die in einem gelben Traumkleid neben ihrer Tochter strahlte. Ich habe so eine gute Zeit hier. Ich bin so froh, dass ich durch Let's Dance besser Deutsch lernen konnte. Ich könnte mir sogar vorstellen, länger hier zu leben, obwohl meine Familie und Freunde in London leben. Deutschland ist ein Teil von mir, ich bin ja halbe Deutsche, sagt Anna zu Bild. Anna, ich vermisse meine. Let's Dance Familie jetzt schon sehr und werde meinem Tanzpartner Valentin ewig dankbar sein. Im November sehen sie sich wieder. Dann startet die Live-Tour von Let's Dance. Anna gefällt das Show-Business. Das Model kann sich gut vorstellen, bald wieder auf der Bühne zu stehen. Ich mag es zu performen und die Menschen glücklich zu machen. Annas größter Fan ist übrigens ihre Oma in Russland. Sie hat jede Let's Dance-Folge geschaut und war so glücklich und so stolz. Dann startet die Live-Tour von Let's Dance-Folge.